Ein Mieter, der nicht zahlt, ist der Hauptraum von jedem Vermieter. Häufig ist es aber nicht Absicht, sondern eher unglückliche Umstände, dass jemand die Miete nicht mehr vermannt. Helfen tut es nichts. In so einer Situation ist schnelles Handeln wichtig für beide Seiten, weiss Cornel Tanno vom HEV Zürich. Wir haben ja hier im Buchhaus-Agentümerverband diverse Verwaltungen und wir müssen sagen, es kommt relativ häufig vor, dass jemand von Anfang an nicht zahlt. Das ist der Worst-Case-Szenario. Man hat den Mieter und er zahlt von Anfang an nicht. Oder die Lebenssituation der Mieter ändert sich. Er wird z.B. arbeitslos oder er lebt in einer Scheidung und hat hohe Alimentenzahlungen zu machen und dann kommt er in eine Zahlungsnot hinein. Das gibt es ja. Ein Mieter kann also nicht zahlen. Was dann? Da erwarte ich natürlich einem Mieter schon auf, vielleicht einmal über seinen Schatten zu springen und den Vermieter zuzugehen und mit offenen Karten spielen und zu sagen, ich habe jetzt momentan einen finanziellen Engpass, wie können wir das miteinander lösen? Und meine Erfahrung ist, der Vermieter bietet in der Regel sehr wohlhand, wenn der Mieter auf ihn zukommt. Wenn die Zahlungsnot von Mieter nur auf rübergehend ist, wird sich in der Regel mit der Vermieter eine Lösung finden. Die Mietzins, die nicht gezahlt worden sind, mittels Abzahlungsvertrag kann man das irgendwie regeln. Aber wenn natürlich jemand überhaupt nicht mehr in der Lage ist, zahlen langfristig, dann muss der Vermieter sich schon überlegen, ob er letztlich nicht einen anderen Mieter, der dann wirklich zahlungskräftig ist, in dem Mietobjekt will haben, weil er auch angewiesen ist auf die Mietzinsen. Das heisst, er muss schnell handeln? Der Vermieter muss ein gewisses Prozedere durchlaufen. Er muss zuerst den Mieter mahnen, schriftlich mahnen. In dem Mahnschreiber muss er dem Mieter eine 30-tägige Zahlungsfrist ansetzen. Er muss in dem Mahnschreiber klar deklarieren, mit welchen Mietzinsen der Mieter konkret im Rückstand ist. Er muss im gleichen Schreiber auch noch anruhen, sollte die Innenfrist nicht gezahlt werden, dass die ausserordentliche Kündigung ausgesprochen wird. Und dann? Zieht der Mieter einfach aus? Wie sieht die Praxis aus? Man hat ja dann den Mieter gekündet, der Termin kommt. In der Regel, weil die Kündigung sehr kurzfristig ist, wird der Mieter nicht in dieser Zeit eine Wohnung finden. Was macht denn der Vermieter? Der Vermieter kann nicht selber vorbeigehen und den Mieter vor die Tür stellen. Das kann er nicht. Er muss ein Verfahren einleiten, und zwar das Ausweisungsverfahren. Er muss es begehren, zuständige Gerichte stellen. In der Stadt Zürich ist es das Audienzrichteramt. Dort stellt er schriftlich ein Begehren. Dann wird ihn das Gericht auffordert, zuerst einmal einen Kostenvorschuss zu leisten. Dann wird er zur Verhandlung vorgeladen. In dieser Verhandlung wird der Richter beide Parteien anlassen. Und wenn er zum Schluss kommt, der Vermieter hat formell alles korrekt gemacht, der Vermieter kann nichts dagegen einwenden, wird er ein Urteil sprechen. Er wird also den Mieter befehlen, das Objekt zu verlassen. Wenn er das dann nicht verlässt, in der Frist, die ihm der Richter allenfalls nochmals gibt, dann darf auch dort der Vermieter nicht selbstständig tätig werden. Er muss mit dem Entscheid als Stadtammeramt oder als Gemeindammeramt gelangen und hier auffordern, die Ausweisung vollstrecken zu lassen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.